Hey Freunde, Willkommen zu einem Video. Ihr schon den Titel gesehen habt, habt später Info. Und zwar gibt es die Info über den Livestream heute. Heute wird nämlich ein Livestream kommen, ich weiß noch nicht wann genau. Und erstmal die Haare weg machen. Jetzt habe ich sie wieder vergessen. Wartet mal. Und ich weiß nicht genau wann heute. Das ist das Blöde. Heute wird wieder mit dabei die Waffel und eine Freundin von der Waffel. Die, äh, was sagst du mal, ein Geldbeutel. Je. Auf jeden Fall sind wir keine Info und ja. Ja. Das war's jetzt auch wieder mein Video. Ich hoffe, ich hoffe, euch geht's einfach gut. Also ich hoffe, euch geht's einfach gut. So. Falls manche mich nicht verstanden haben. Das sieht irgendwie anders aus. Meine Augen sehen irgendwie in der Real Life lila aus. Aber da drin im Handy, sehen die, in der Handykamera, sehen die voll blau aus. Das ist seltsam. Hm. Dann würde ich auch sagen, das war's wieder mit dem Nachschreiben Info, Video, Info Video. Bye. 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 Bis zum nächsten Mal.